Schnell über 5 von links. 2x SCG 59. Modell Segelkunst von Frank. Wir haben hier die absoluten Profis aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Holland. Alle sind Sie zu uns gekommen. Auch einladen hier zur Faszination Segelflug. Männchen. Leider verdreht, ein schneller Überflug im Rücken. Das ist noch keine Landung, weil das einzig Fahrwerk nicht ausgefahren ist. Aufgesetzt. Perfekt. Ich habe vorhin kurz gesehen. Ich habe eigentlich mal nach Kassel gesetzt. Ja, perfekter geht es nicht. Danke, Markus Röhm vom Arzturz-Fellberg. Immer wieder gern gesehen in der Geburt. So, und das, was wir eben im Modellflugbereich gesehen haben, werden wir jetzt im Original sehen. Direkt über uns, in Position, muss der Segekunstflieger Swift sein. Und ich gehe mal davon aus... Achtzeitenrolle. Haben wir auch im Modellflugbereich gerade gesehen. Umgekehrte Kuhbahn, Acht. Umgekehrte Kuhbahn, Acht. Und wieder Normalflugnager. Geschwindigkeit sicherlich eben auch knapp an diesem Modellflug. Jetzt noch ein schneller, tiefer Überflug. Swift S1. Segekunstflug auf der Faszination Segeflug. Ja, Giesbert gerade mal 14 Tage zurück von der Deutschen Segekunstflugmeisterschaft. Die Platzierung weiß ich leider nicht, aber sicherlich muss man für so eine Vorführung viele, viele, viele Stunden finden. Ja, um 16 Uhr wird es hier einmal richtig laut werden. In diesem Segeflugplatz. Ein Flugzeug ist hier im Anflug gerade in Dammel am Dürmer gestartet. Und da bin ich auch noch ganz gespannt davon. Ein Flugzeug ist hier im Anflug gerade in Dammel am 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 Damm